Liebe Kinder, aufgepasst! Musik lässt Narben heilen. Unter diesem Motto lädt das Eltern-Kind-Zentrum Frankviertel bei freiem Eintritt zum Benefizkonzert mit dem bekannten Kinderliedermacher Bernhard Fiebig ein. Die Musik ist eine Weltsprache, die uns verbindet. Deshalb habt ihr diesen Freitag, den 13. Mai, die Möglichkeit, einen wunderschönen Tag zu erleben. Die Mutigsten unter euch können sich beim Mitmachkonzert selbst auf die Bühne wagen. Das Konzert findet bei Schönwetter im Garten des Eltern-Kind-Zentrums statt. Bei Schlechtwetter findet das Konzert im Turnsaal der Volksschule 33 statt. Alle Kinder sind herzlich eingeladen, diesen Freitag, den 13. Mai, um 14 Uhr zum Benefizkonzert von Bernhard Fiebig zu kommen. Frankviertel TV wünscht viel Spaß!